Ja, so. Äh... Können Sie brauen? Ich brauche einen größeren Drang. Wo ist denn die jetzt? Multi? Wuff, 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 wuff! Ist der Drang fertig? Ich glaube, ich werde sofort davon trinken, wenn er über 80% hat. Puh! Ich würde schon wieder entspannen. Anikertage sind wirklich unangenehm. Vor allem, wenn sie so unerwartet kommen. Komm her, komm her, mal ein paar Anikertage. Ich finde es ja gerade ganz amüsant, dass man da einfach was wegschlürft. Also, da braucht er mir die so... Hä? Mein Mann! Nein! Ich warte doch mal! Huch! Er hat zu viel zu... Um die Ohren mit seiner Arbeit. Ich möchte eine... Okay, auf. Sorry. Jedenfalls, vielen Dank für den... Mein Servus, der wird im Salzfall eskaliert. Nja... Geknackt! So, jetzt würde ich gerne aber noch ein bisschen Grinder gehen. Hallo? Die Handy-Eichel. Aha, Alex, ich bin so blöd. Auf jeden Fall ist der Trick nochmal rein. Hat sie geschnitten. Oh! Was gibt's denn hier, Multi? Kartoffel. Ah, da kommen wir anscheinend zuerst ran. Ah, ja. Okay. Schneebären. Ah, die fallen unter Lebensmittel. Okay. Hunde! Oh! 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 Oh, das ist fellowship kaufen! Oh, das ist etwas zuerstand! Oh, das ist etwas zuerstellen! oh... Oh, es ist wieder anomaly! ja noch im großen baum oder so Mal, ne? Oh, bestimmt noch Arsch von Holz. Zick, zack. Zick, zack. Na, guck. Äh, die Hammer. Hau mal die kleinen. Das ist zwar das, was ich gerne will, aber naja. Ach so, haha. Jetzt halt die Frage, komm erstmal her und dann gucken, dass wir ein bisschen das Werkzeug haben. Das Problem ist halt, wenn wir das jetzt halt ausgeben, das ganze Material. Und nichts mehr da bauen können. Ist auch scheiße. Mal gucken, was der Kessel kostet. Shit, man. Da braucht man auf jeden Fall noch welche. Da haben wir ein paar. Ja, stockt sich so langsam auf. Da fällt es halt gerade. Mal nach die großen Bäume noch aus. Jetzt nervt nicht Kessel. Jupp, schlafi. Na, doch nicht. Erstmal streicheln. So, mal die. Jetzt müssen wir erstmal wieder hoch in das schöne Gebiet. Gucken, was da Bäume gibt. Dann geh mal runter. Da müssen wir nicht, welche dann sein werden. Entschuldigung. Ja, das sind sie. Aua. Das heißt, du lakker eigentlich. Okay. Mann, 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 du. Au, das war zu früh. Ich hoffe, dass wir noch süßen Soft rauskriegen. Das ist eigentlich das, was ich am meisten möchte. Boah, wir können auch mal aufhören. Dann geht man auf den Sack. Echt lästig, weißt du das? Aber. Der pudelt wieder. Ich will gleich wieder zum Schmied gehen. Und das Badehaus. Gibt es hier ein Archiv mit 9000 Holz und Stein? Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Wollen wir uns umbauen gehen. Uns fehlt ein Stein. Nö. Ah, da ist einer. Warte mal, wir sind gleich wieder da. Nee, wir müssen 1000 Bäume insgesamt fällen. So ist es gemeint. Okay, ja gut. Okay, ich dachte nur 1000 Holzstücke oder so. Ah, geht zum Kürzunweg. Ja, der näher. Ah, warte erstmal Badehaus. Und dann schauen wir gleich weiter. Ich dachte, wir müssen die auf Kante haben. Die hat Monocle an? Natürlich auf dem Kopf. Mann, die sind schon komisch. Endlich balanciert mit einem Tee auf dem Schäle. So eine Tasse. Jesus. Die haben Sorgen. So, dann gehen wir rein. Und von da ist man nicht schneller dort. Schneiderei. Häh, braucht kein Mensch. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Auweil. Bla, bla, bla. Damit man kurz noch quatscht. Stopp. Salzsichel. Das kostet ein größerer Kessel. Fazitation. Material haben wir. Wir brauchen im Grunde nur die Kohle. 250 hat abgezogen. 500. Ja, das kriegen wir hin. Dann machen wir jetzt mal an die Arbeit. Was? Hehe. Klopf, klopf. Hämmer, hämmer. Ding, dong. Boingi, dong. Uuuh. Na, ich habe ihn vergrößert. Jetzt kannst du mehr Zutaten verwenden. Yes. Oh, ich habe ihn auch noch mal verbessert. Okay. Ich habe im Gebäude drin. Halt die Fresse. So, dann machen wir erst mal einen komischen Drang da. Äh, was verwenden wir da dann am besten? Wir haben doch so Tetris-Steine. Dann noch das da hin. Dann haben wir was mit 3 hoch. Äh, haben wir ein L. Das ist aber auch nix. So, wir haben ja schon mal Desk geschafft. Ähm. Mit Erweiterung wohl, wenn wir jetzt pass auf. Lecker, fahne. Einfach vorher gar nicht gegangen. Das ist ein ganzer Mats. Ja, aber so nicht. Weiße Brise. Der neue Beispiele. Äh. Boah, es bündet sich aber nicht dafür. Mensch, Knäger. Alles, wenn wir einen Haufen davon haben. Äh. Ich weiß nicht, was noch Rezepte zu füllen. Ich weiß nicht, was noch Rezepte zu füllen wollen. Ich weiß nicht, was noch Rezepte zu füllen. wir sind noch ein paar mal hersteller noch einmal dann schauen wir mal können wir das sogar effektiver gestalten theoretisch wohnenennennennenn wir könnten die beretta zu nehmen könnten dich nehmen weil ich finde man recht einfach und dich 215 20 es gibt kohle so da bin ich leben so perfekt wunderbar gut ist abgegeben dann müssen wir hier kurz grinden es ist nur essen ist nicht wichtig dann hier dann hier die kleinsten müssen wir auch noch ein cashen da war wie braun ist abzufahren hier schon kommen irgendwann die standard pflanze so und fertig sonnenblumen laufen auch drunter dankeschön war nichts nun müssen wir noch die postblüte bringen das das verpiss dich und als junger dann gibt es auch nicht Ich darf es nicht ausüßen, Saft raus. Ich glaube es nicht. Ne, saureschmeckende Saftschade. So, dann lassen wir mit eingehen und ein bisschen der Wendel grinden. Das Fido. warte mal was machen wir dann jetzt warten bis 17 uhr ist und da haben wir die kohle machen uns danke schön ihre körperteile immer mal haben so dann kann man schon mal zurück ist natürlich gleich soweit dann können wir noch unser ding upgrade was machen wir axel ja luke jetzt muss warten sicher weil er ist meine holz wieder na ja klar steine haben noch die stahlachste halten 800 mit rü ja alle ab ist grüß und so die muss groß erst mal laura abchecker warte mal mercy du bist ja gleich mich stimmt ich hoffe du kannst jetzt eine lebende stadt gewöhnen und vergleichst du wirklich mit bla bla hauptstadt hier geschenke für dich danke hast du lauer gedaufen meine kleine schwester sie ist ein ziemliches energibindel oder du hast eine frage zur erde hier bei uns habe ich aber gespannt kommt bitte mit ich habe ein bisschen die leid gehabt sorry also was genau ist deine frage hallo bla 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 blüte bla kaputt weiß ja oder pc oder diese blumen lasst mich mal sein wie es aussieht ladet sie an der nährstoffmangel sie muss genährt werden also zwei esslöffel honig am tag und dein verdacht stimmt die hauptursache scheiße du hast die blume auf die schimmernden eisberg gefunden stemmseer der boden ist eh unter versorgt es ist möglich dass sie wegen harscher wetterbildung nicht genug nährstoff aus der erde aufnehmen konnte und da ist ja so 85 tage mit rumpflex ist eingetrocknet super du hast eine äußerst seltene pflanze die vom aus dem bedroht falls aus dem gebrach geldwunsch den dünger hier habe ich selbst hergestellt wir benutzen ihn wohl viel und hier läuft unsere pflanzen wirklich bewachsen die frage ist ob er in der kalten wetter dort genauso wirkt vielleicht könntest du ein paar änderungen an dem dünger vornehmen so dass er auch im karten boden wirkt ich bin sicher mit den richtigen dünger kann sich diese blume wieder mit ausreichend nässtoffen versorgen mehr kann ich dazu nicht sagen aber ich hoffe das hilft dir schon dankeschön das hilft uns sehr frostblüte entdeckt bringt osman den weißen riss trefft ihr mal eines noch offen hat solcher der bau können alles holen ja für dich ja ich liebe geschenke jetzt verpiss dich äh wo ist denn aus die ausbauen kann bei sich zu hause sein komm mit multineight osman ich bin sie für ok dann ja gut multi fast osman du weich den kopf wuff wuff ich weiß wuff sie fleischen wuff hey aus die ausbauen als gesetze als gesetzter twitter muss jederzeit streng und inziplin sein für mich gibt es keine ausreden und nachlässig zu werden die aufgabe du hast einen trank gebraut der diese rückstände beseitigen kann dann gehen wir gleich zusammen hin neu pflanzen du hast den geschenke von der ableitung befreit beantwortung der arbeitsstil buggy diese pflanzen habe ich noch nie gesehen nachdenklich das sind also die pflanzen die mein vater und seine freunde retten wollten ich hatte angenommen es ging ihnen nur mit einiges wohl wie immer da habe ich mich verkehrt glaube ich möchte an dieser blume mit nach hause nehmen ich würde ich immer daran erinnern für mein vater und seine freunde gekämpft haben danke so für die indisch dialektion was er halbdings da hat du meinen vater und seine freunde gewürtet also englisch und das tue ich auch dankeschön kalter rückstand yeah äh immer noch genügend saft oh gott ohne eine sekel welcher was für ein scheiß geht gut das ding voll böses multi ja ja ich fahre einfach nach ihm wir gehen nach hause schlafenszeit wir brauchen geld tschüss tschüss was denn jetzt los frostblüte achso das dünner ding ich darf das halt netter warte mal manche tränke können durch die forschung entdeckt werden um die forschung zu beginn geht zum forschungsdessen im haus der tränke befindet wow ok mal am nächsten tag ich schlafe jetzt mal in der nacht drüben so sind wir gerne haben ich will sie kurz einen cut machen gleich weiter aber ich muss kurz was legen bis gleich linkt dann kommt ihr abo die ersten gessen tschüss so